Was für älter Da oben auf dem Berg Moment, Moment, Moment Da ist Kilesquad hinter uns Lass gegen Kilesquad, Kilesquad, go 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 Zurücklaufen Ja, das ist ein geiler Ich hab kein Speed Ja, die Kilesquad älter auf uns Die Ebbing ist doch noch nicht gehalten Die Ebbing ist doch noch nicht gehalten Stunt Flicker ist niemals gekommen Noch ne Gruppe Da kommt noch ne Gruppe Shit Ich bin im Stunt Damaged David Zwei Savages auf mir Ich bin tot Warum addet Kilesquad auf uns? Die sind nicht geaddet Die sind nicht geaddet Die haben einfach nur Töte sie halt jetzt mal Damaged immer noch Die haben gefälscht Das wäre sie immer noch Für mich Dann lauft halt mal zu Kleele Ey, was macht ihr denn? Wo lauft ihr denn hinten? Lauft zu Kleele Da ist kein Tank mehr bei euch Target Savage Target Savage Ja, ein Savage ist ganz hinten Ja, den töte ich Den töten wir jetzt Gut, kommt mal zurück Kommt mal zurück alle Kommt mal zurück alle Ja, und zum Viertel auf den Draven Der stirbt nicht Was sagt uns das? Geht mal auf die Erder Geht mal auf die Roten Geht mal auf die Erder Gruppe Geht mal auf die Erder Gruppe Geht mal auf die Erder Gruppe Ja, lass Kitesquad mal Kitesquad sein Und zieht mal raus Die Enden von oben rein Nein, jetzt gehen sie wieder rein Ey, lol Geht die Metz? Ja, natürlich gehen die wieder rein War doch klar Flex Damage Flex jetzt einfach alles oben Ich komm zurück Flex jetzt einfach alles oben Dreh dich um, der hat ein Snare Pad Ich bin auch gesnared Ja, dann dreh dich halt um Ich bin auch Und Prevent Flight Achso, ja gut, dann kannst du nichts machen Kriegt einen langen Snare Kilde Oder wirklich Lüb den weg Go, 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 go Töten Ja, sie segelaufen Ja, sie segelaufen